Schauen wir uns die Geografie der iberischen Halbinsel auf der Karte an, scheint sie wie gemacht zu sein für das Aufblühen einer Großmacht. Von fast allen Seiten umgeben vom Meer und im Nordosten geschützt durch die Pyrenäen, einer über 3000 Meter hohen Bergkette. Doch tatsächlich konnten sich im Laufe der Geschichte zwei der bedeutendsten Weltmächte auf der Halbinsel entwickeln. Spanien, das circa eineinhalb Mal so Großes wie Deutschland und dann das deutlich kleinere Portugal. Die Portugiesen sahen sich dabei einer stetigen Bedrohung durch ihren größeren Nachbarn gegenüber. Dennoch waren sie das einzig andere Königreich auf der iberischen Halbinsel, das bis heute seine Unabhängigkeit bewahren konnte. Doch wie schafft es das kleine Portugal sich gegen das große Spanien zu behaupten? Warum wurde es tatsächlich zwischenzeitlich von Spanien erobert und wie konnte es letztendlich seine Unabhängigkeit wieder erlangen? All diese Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Wir beginnen im 11. Jahrhundert. Die iberische Halbinsel wurde bereits vor einigen Jahrhunderten von den muslimischen Mauren aus Nordafrika erobert. Dennoch formierte sich bereits früh Widerstand und einige christliche Königreiche konnten sich im Norden gegen die Eindringlinge behaupten. So entstanden unter anderem die Königreiche Galizien, Leon, Kastilien und Aragon, die mit der Reconquista, also der Rückeroberung der Halbinsel begannen. Und diese werden alle später im spanischen Königreich aufgehen. Doch innerhalb von Galizien, in der Gegend um die Stadt Porto, formiert sich eine kleine christliche Grafschaft, die Grafschaft von Portugale. Und aus dieser wird sich später einer der mächtigsten Staaten der Welt entwickeln. Doch wie begann der Aufstieg? Am Ende des 11. Jahrhunderts erreichte Heinrich von Burgund, ein ambitionierter Sprössling aus der Burgunderfamilie, der sich tapfer in den Schlachten der Reconquista geschlagen hatte, den Hof von Alfons VI. Dieser wiederum war kurz zuvor zu einem der mächtigsten Herrscher der iberischen Halbinsel aufgestiegen. Er regierte mittlerweile nicht nur das Königreich Leon, sondern ebenfalls Galizien und Kastilien. Und wie es damals so gang und gäbe war, verheiratete Alfons eine seiner Töchter an den Burgunder Sohn Heinrich. Und als Mitgift erhielt er die Grafschaft Portugale, die ja bis dahin ein eher unbedeutender Teil des Königreich Galiziens war. Doch unter den Burgundern sollte der Aufstieg beginnen. Der Sohn von Heinrich ließ sich erstmals krönen und es entstand nun das Königreich Portugal. Und das neue Königreich wurde auch militärisch immer stärker und es begann zu expandieren. Es konnte wichtige Siege in der Reconquista erringen und sich dadurch immer weiter nach Süden ausbreiten. Zudem spielte es die spanischen Königreiche geschickt gegeneinander aus, um einer Eroberung des eigenen Territoriums zu entgehen. Die portugiesische Reconquista endete dabei bereits im Jahr 1249, als die Algarve, die heute südlichste Region Portugals, erobert werden konnte. Im Vergleich dazu dauerte die spanische Reconquista noch fast 250 Jahre länger. Für Portugal war das von sehr großem Vorteil, da es so bereits früh seine Macht festigen konnte und sich wappnen konnte für noch größere Abenteuer. Es verlegte seine Hauptstadt nach Lissabon und tatsächlich blieben die Grenzen seit dem Jahr 1249 fast unverändert bis heute bestehen. Nach einem Erbfolgestreit wurden die Burgunder im 13. Jahrhundert zwar durch das Haus Aves abgelöst, doch auch diese führten den Weg zur Weltmacht fort. Besonders wichtig war dabei das Bündnis mit England, das oft als das am längsten bestehende Bündnis der Welt bezeichnet wird, da es bis heute andauert. Und da die Portugiesen ja im Gegensatz zu den Spaniern die Reconquista bereits abgeschlossen hatten, widmeten sie sich der Seefahrt und der Entdeckung der Welt. Sie entdeckten dabei unter anderem die Kanaren, die Azoren, Madeira und die Kap Verden und es begann die Suche nach einem Seeweg nach Indien. So entstanden mit der Zeit an vielen Stellen der afrikanischen Küste portugiesische Außenposten. Und der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama entdeckte dann auch tatsächlich einen Seeweg nach Indien um das Kap der guten Hoffnung herum. Für die Portugiesen begann von da an die Zeit ihres Kolonialreichs. Sie breiteten sich nicht nur in Afrika und Asien aus, sondern durch Zufall strandeten sie später auch in Brasilien. Der Seefahrer Pedro Alvarez Cabral sollte eigentlich im Auftrag des Königs an die Westküste Indiens segeln. Doch er trieb so stark ab, dass er schließlich an der Küste Südamerikas landete. Und so entstand dort die wohl wichtigste Kolonie der Portugiesen. Doch die Expansion nahm ein abruptes Ende. Doch zunächst ein kurzes Wort des Sponsors des heutigen Videos. Bei der Erkundung der reichen Geschichte von Spanien und Portugal wird deutlich wie zentral die Sprache in der Verbindung mit der Kultur ist. Denn Portugal hat sich dabei besonders aufgrund der Sprache stets als eigenständige Nation betrachtet. Sprache ist dabei nicht nur ein Werkzeug der Kommunikation, sondern auch ein Fenster in eine andere Welt, das uns ermöglicht die Kulturen und Geschichte noch tiefer zu erleben. Obwohl ich bereits Spanisch spreche, habe ich mich lange Zeit gesträubt auch mal mit Portugiesisch anzufangen. Glücklicherweise ist Rosetta Stone auf mich zugekommen und gibt mir und euch die Möglichkeit auf einfachste Weise in verschiedene Sprachen einzutauchen. Ich konnte so in den letzten Wochen nicht nur meine Spanischkenntnisse weiter verbessern, sondern ebenfalls auch in die Portugiesische Sprache eintauchen. Das hat mir nicht nur für die Recherche für dieses Video geholfen, sondern auch den Zugang zu einer ganz neuen Kultur eröffnet. Rosetta Stone setzt dabei nicht auf einfache Übersetzungen, sondern entfesselt die natürliche Sprachfähigkeiten, indem es eine Sprache auf eine möglichst intuitive Weise unterrichtet. So wie wir also eine Sprache auch als Baby oder Kind erlernen. Es geht also nicht darum, lange Vokabellisten auswendig zu lernen, sondern wirklich in die Sprache einzutauchen und die Denkmuster eines Muttersprachlers zu verstehen. So finde ich zum Beispiel die Stimmerkennungsfunktion sehr spannend, die es ermöglicht Fehler zu erkennen und den Akzent zu verbessern. Ich zeige euch hier mal ein kleines Beispiel. A menina esta bebendo A menina esta bebendo O menino esta bebendo O menino esta bebendo Für alle, die nun Lust haben, in eine neue Sprache einzutauchen, gibt es jetzt eine besondere Gelegenheit. Durch einen Link, den Rosetta Stone exklusiv für meine Community gewährt hat, könnt ihr bis zu 50% auf alle Abonnements erhalten, einschließlich der lebenslangen Mitgliedschaft. Damit bekommt ihr Zugang zu allen 24 Sprachen. Klickt dazu einfach auf den obersten Link in der Beschreibung. Ich kann dabei besonders die lebenslange Mitgliedschaft empfehlen, da es bei Sprachen ungemein wichtig ist, langfristig am Ball zu bleiben und man so in seinem eigenen Tempo lernen kann. Und damit zurück zum Video und zur Frage, warum das portugiesische Kolonialreich so schnell unterging. 1578 begab sich der kinderlose portugiesische König auf ein gewagtes Unterfangen nach Nordafrika. Er trat dort den Mauren gegenüber, die seinem Heer allerdings weit überlegen waren. Seine Armee wurde vernichtend geschlagen und er verlor dabei sein Leben. Für Portugal war das natürlich eine schreckliche Situation, da der Thron von nun an umbesetzt war und es keine Nachfolger gab. Daher sah Spanien nun seine Chance gekommen, den portugiesischen Thron in Besitz zu nehmen, auf den es ja bereits seit langer Zeit geschielt hatte. Und so siegte Spanien im Erbfolgekrieg und herrschte ab 1517. 1880 nun ebenfalls über Portugal. Die spanischen Habsburger regierten nun also die gesamte iberische Halbinsel und es entstand die sogenannte Iberische Union. Doch für Portugal begann damit die Zeit des Niedergangs. Sie befanden sich von nun an unter Fremdherrschaft und andere Kolonialmächte nahmen ihren Platz in der Welt ein. Darunter waren die Engländer, die Franzosen und die Niederländer. Diese eroberten viele Kolonien der Portugiesen in Afrika und Südamerika. Doch letztendlich stellten diese auch einen Glücksfall für die Portugiesen dar. Die anderen Europäer wollten nämlich die Macht der Spanier eindämmen und halfen den Portugiesen deshalb später in ihrem Unabhängigkeitskampf. Es begann der sogenannte Portugiesische Restaurationskrieg, an dem verschiedenste europäische Mächte beteiligt waren. Das Ergebnis dieses Krieges war es aber, dass Spanien die vollständige Unabhängigkeit von Portugal anerkennen musste. Dieses erlangte so nach ca. 60 Jahren der Fremdherrschaft seine volle Souveränität wieder zurück. Dennoch hatte dieses Kapitel auch große Spuren hinterlassen. Portugal musste als Gegenleistung für die Unterstützung der anderen europäischen Mächte wichtige Stützpunkte abtreten und es konnte sich erst langsam wieder wirtschaftlich und politisch erholen. Natürlich spielte es trotzdem weiterhin eine wichtige Rolle in der Kolonialisierung und es war auch eine respektierte Macht. Dennoch spielte es von nun an eher in der zweiten Reihe mit. Und auch die Spanier gerieten im Vergleich zu den anderen Kolonialmächten zunehmend ins Hintertreffen und es verlor weiter an Bedeutung. So ging Spanien ein Bündnis mit den Franzosen ein. Portugal blieb weiterhin bei England. Und es führte dazu, dass sich Spanien und Portugal nun oft gegenüberstanden. So unternahm Spanien auch noch einige weitere Versuche, Portugal zu erobern. Diese scheiterten aber alle an der militärischen Schwäche Spaniens. Aber auch der portugiesische Bündnispartner England spielte eine wichtige Rolle, da die ja in der Folge zur Weltmacht aufstiegen. Wir sehen also, dass die portugiesische Unabhängigkeit ein Ergebnis verschiedenster Faktoren ist. Einerseits konnte es sich bereits früh in seiner heutigen Form etablieren, wodurch es innenpolitisch stark gefestigt war. Durch die Kolonialisierung und seine Entdecker konnte es sich zudem bereits früh einen respektierten Platz auf der Weltbühne sichern. Und dann spielte eine geschickte Bündnispolitik und das Ausspielen der anderen Europäer gegen die Spanier eine wichtige Rolle, um die Existenz des Staates zu sichern. So blieben auch die Beziehungen zwischen den Spaniern und Portugiesen lange Zeit sehr angespannt. Erst als beide Länder im 19. Jahrhundert auch ihre amerikanischen Kolonien verloren und so noch mehr an internationale Bedeutung einbüßten, begann eine langsame Annäherung. In den 1930er Jahren kamen dann in beiden Ländern ähnliche rechtsgerichtete autoritäre Regimes an die Macht, die im Zweiten Weltkrieg zwar neutral blieben, später aber auf brutale Weise an ihren Kolonien in Afrika festhielten. Erst mit dem Verlust der letzten Kolonien sahen sich beide Staaten gezwungen, von nun an enger zusammenzuarbeiten. In den 70er Jahren endete auch in beiden Staaten die Diktatur und sie entwickelten sich zu modernen Demokratien. Sie traten beide der EU bei und unterzeichneten einen gemeinsamen Freundschafts- und Kooperationsvertrag, sodass die Beziehungen zwischen Spanien und Portugal heute als hervorragend und sehr freundschaftlich bezeichnet werden können. So, das war's mit dem Video. Wenn ihr jetzt auch Lust habt, Spanisch, Portugiesisch oder eine andere Sprache zu lernen, dann schaut unbedingt noch bei Rosetta Stone vorbei. Ansonsten verlinke ich euch hier noch ein Video über deutsche Kolonialgeschichte. Viel Spaß dabei und ich sag ciao!